Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Diele mit Synapsen Klatscher. Hallo. Hallo. Oh, muss ich jetzt alles nochmal von vorne anfangen zu quatschen. Naja, egal. Machen wir das mal. Bei mir ist gerade der Unity Player abgestürzt. Komplett, restlos. Das heißt, raus aus dem Spiel und so. Und ich habe vorher euch begrüßt. Hallo, wie vorhin. Und ich habe die Säule hier, die hier steht, die stand erst hier dran. Ich habe das eins versetzt. Dass die sechste frei sind, das will ich hier drüben ummachen. Das heißt, die Wand, die kommt nochmal weg. Dann hatte ich das hier hinten ein Stückchen zugemacht. Ne, weil ich das hier hinten komplett zu machen will, weil es wird bloß die Parkbucht hier geben. Dann bin ich hier hinter gelaufen, wollte das zu machen. Dann war ich mir nicht mir sicher, ob ich hier die Tonaufzeichnung aktiviert hatte. Da bin ich kurz rausgeswitcht, bin wieder reingeswitcht und ja, dann war Ende im Gelände. Ich will das jetzt hier noch zu machen. Hier hinten. Was war denn sonst noch so? Achso, wir hatten gestern die Kisten, das muss ich nochmal erzählen, so wie ich es vorhin erzählt habe. Ich hoffe, ich kriege das noch zusammen. Also der hat ja gestern seinen Canyon reingefallen. Der ist von der Brücke gestürzt. Zwei Mal. Ne, ich rede erst mal bloß von dem Inma. Und dann bin ich da dann hin, war der ja noch mit dabei. Und beim Suchen war der ja auch noch mit dabei. Da habe ich ja aufgehört. Und es hat nicht lange gedauert, vielleicht zehn, fünf Minuten später. Habe ich dann diese zwei Kisten, die er hingesetzt hat, gefunden. Und da hat er sein Inventor genommen. Ich bin zurück zu meinem Auto. Und da habe ich dann gesagt, er soll jetzt einen Schlafsack platzieren. Das hat er auch gemacht. Ohne irgendwie zu fragen oder sowas. Da habe ich das Gewehr gezückt und habe ihn über den Haufen geschossen. Weil ich es ja angekündigt habe, dass ich es mache. Ja. Genau. Dann bin ich zurück auf dem Nachhauseweg gewesen. Ja. Und dann ist er dann irgendwann, wo ich dann hier war, ist mir das aufgefallen, dass er zu lange braucht dort hinten. Das sieht man ja oben links. Wenn man sich zumindest einlädt. Da kann er mal die Einladung hier annehmen. Ja, macht er ja schon. Dann kackt man nicht so voll. 1,3 Kilometer. Und gestern waren ja 1,7 Kilometer oder sowas. Und das hat ziemlich lange gedauert. Er hat aber gesagt, er wollte nach Hause kommen. Kam aber nicht. Und dann bin ich davon ausgegangen, dass er wieder irgendwo rein gefallen ist. Letzten Endes war es dann also, dass er zum zweiten Mal in den Canyon reingefallen. So, dann haben wir das zu gemacht. Ach ja. Wieso kann ich denn das jetzt hier nicht reparieren? Das ist doch nicht. Achso, wegen Kohle. Deswegen. So. Bedeutet, ich mach das hier auch wieder ein Stück weg. Das wird lustig. War ich eigentlich verrückt, dass ich das gestern so hingebaut habe. Und jetzt mach ich es wieder weg. Super. So. Naja, egal. Ich mach erstmal von hier. Äh, was hatt ich gesagt? Bis hier hin da. Ja, das sind 1, 2, das sind 3 und dann 3 hier rüber. 1, 2 und 3. Das heißt, die Wand, die geht dann bis hier hin. Also, die mach ich wohl weg. Eieieieiei. Das geht ja schnell. Gott sei Dank. Entspannen Sicher 얼te Dialog Jetzt Entspannen Entspannen Ich Entspannen Ich Entspannen Entspannen Wir Em So, jetzt mache ich das da oben weg. Jetzt geht doch mal hier hoch, verdammte Scheiße, Mensch. Die wollen mich heute alle irgendwie ans Bein pissen. Kann ja nicht wahr sein. So, ich muss noch eins Stück hoch. Na toll, jetzt bin ich wieder abgestürzt. Heute ist absolut neben mein Fahrrad. So. Bei dir ist ein Zombie. Oh no. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ach ich brauch die Steine eigentlich ne. So genau. Das wird quasi da durchgehen. So dann möchte ich ja eh einen Spriter machen. Genau. Da kommt auch noch die Wand hin. Ich vergaß. Ja. Hmm. Genau, so kommt nämlich dann die Wand hier dran. So, also hier kommt die Wand dran. Das kann man ja dann mal hier so, und das heißt, das bis dahinter muss ich wieder wegmachen. Das denke ich werde ich dann aber offline machen, also aufsit, sodass es für euch nicht ganz langweilig wird. Ich gehe jetzt erstmal hier ein Stück weiter rein. So, jetzt das Ganze nach oben. So, jetzt das Ganze nach oben. So, jetzt kommt's. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Jetzt geht es rein 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Grafik-Bugs gar nie gehabt. Dass ich auf die Welt gucken konnte. So. Das heißt eigentlich, ich kenne von drüber auch dann nach links. Von hier hin. Gut. 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 Du bist. Die Seite noch? Gut. 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 das noch einmal Cut setzen und dann ist das so zu sorgen, fällt es dann runter, so ist zumindest der blauen. Schön. Und das geht dann bis zur ersten Proven. Ich bin nicht gut, wir sind nicht gleich da. Ach, das schaffen wir schon. Gut, jetzt ist es hoch. Hm. Hm. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hmm, okay Okay, kommt die Sonne, dui? Was ist denn hier für Geld? Was ist denn hier für Geld? Ja, und so geht es dann halt eben immer weiter. Gut, liebe Zuschauer, da würde ich mich erstmal verabschieden und da sehen wir uns dann in der nächsten Folge beim Tunnelbau. Und ja, würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest, liken, wäre super, Kommentar, das ist dir überlassen, wäre aber nett, wenn du irgendwas drunter schreibst. Abonnieren, wenn du das noch nie gemacht hast und bleib gesund. Das hat aber lange gedauert. Ja, bei dir heilt's. Gut, tschüss. Ciao.